Ich stehe hier am Stand von Ecovacs und wir schauen uns heute den Unibot an. Der ist jetzt zwar noch nicht unmittelbar auf dem Markt erhältlich, der kommt im Q1 erst mal nach Japan, später dann vielleicht nach Europa. Und wir stehen hier zusammen mit dem Kollegen von Ecovacs und der erklärt uns jetzt mal ganz kurz, warum mir dieser Staubsauger-Roboter bis zum Knie geht. Also das ist ja schon was anderes, aber da gibt es einen ganz guten Grund dafür. Was hat das für einen Grund? Okay, man kann auch Air-Filter machen. Der Roboter ist nicht nur noch ein Staubsauger, aber hat andere Funktionen, andere Module. Zum Beispiel hier die Kamera kann man aufbauen, man kann auch diesen Air-Filter draufbauen. Deswegen ist das so hoch. Also es ist ein modularer Saugroboter, das heißt wir haben ihn hier quasi komplett zusammengebaut. Wir haben hier auch noch eine Variante, wo er quasi nur als Staubsauger-Roboter unterwegs ist. Und dann gibt es die noch mit Kamera oben drauf. Die kann man für mehreres verwenden. Für was wird die Kamera, die oben drauf ist, denn alles verwendet? Also diese Einheit, diese gesamte Einheit. So die Basic-Funktion kann man sagen, okay, nur zu Hause angucken, was passiert. Aber der Unibot ist auch mit verschiedenen Sensoren verbunden. So wie Smoke-Sensoren, Motion-Sensoren. Und wenn irgendwas von diesen Sensoren, Informationen gibt, okay, ich habe hier jetzt Rauch, dann geht der Unibot zu diesem Platz, wo das passiert ist, gibt zu der App so ein Signal, Pop-Up, und dann kriegst du direkt Videos und Fotos von was passiert ist in deinem Raum. So die Tür ist aufgegangen, dann geht Unibot hin, nimmt Fotos und schickt das zur App. Also Home Security, kann man sagen. Genau, also ein kleines Multitalent. Und mit Klimaanlagen unterhält er sich auch, richtig? Alle Signale, die Infrared-Signale kann er auch kopieren und dann kann er Air-Conditioning anstellen, TV, kann er auch machen. Genau, also finde ich ziemlich erstaunlich. Ich könnte also meinem Staubsauger-Roboter sagen, fahr mal ins Schlafzimmer und mach den Fernseher an. Wenn das nicht connected und Smart Home ist, weiß ich auch nicht. Der Unibot ist noch nicht ganz fertig für den Markt, er kommt eben Q1 nach Japan. Einen Preis gibt es deswegen auch noch nicht, richtig? Na genau, noch nicht richtig definiert. Genau, und für Deutschland sowieso nicht. Wir hoffen wirklich, dass er kommt, auch wenn er ein bisschen hoch ist. Aber ich finde, er sieht sehr witzig aus und ziemlich clever. Ja, ich finde, er sieht sehr witzig aus.